Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute zocken wir über eine Runde Horror-Map auf Fortnite. Let's go. Wahnsinn. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, heute wird unser Shop online gehen mit ganz vielen krassen Artikeln, wie zum Beispiel dem guten alten Balsamico Erdnussflip. Let's go. Warum warten wir hier auf, Digga? Wir haben ein privates Match gemacht. Warum warten wir? Ja, das dauert jetzt hier 45 Sekunden noch. Der ist anwesendlich great. Und wart mal school. Ja, was viel less. Ja, was viel less. Das watching me. Das geteilt auf creepy. Das ist der Entdeck, der kann deinen backpare, the part of the part. Hä? Ich kann es nicht lesen. Digga, man kann es auch wirklich nicht lesen. Was schallt da aus. Durch die Spiegelung in den Fenstern, die jetzt hätten sie sich auch vorher mal überlegen können. einer geile gegenseitig damit knaß dinger rolle bachs irgendwie ein bisschen rum der sie irgendwie aus wie ein knast habe ich gesagt ich habe nur ich habe allerdings was sind das ist lustig dass wir das einstecken ja aber so ist doch was er das doch wird für elf erst person machen glaube ich oder es ist mir die pasta ich guck mal diamantensessel let's go alle guck mal guck mal guck mal diamantensessel let's go du wurdest gerade gefrühstückt ich komme nicht rein ach so was ist das okay ich glaube wir müssen dahin ja ja hier haben wir kaufen open open stand da hast du gesehen wahnsinn und sticht den jetzt hier zu eins anfängt du mir ein bananen eine marke manche ist ein plan hier können wir vielleicht sehen wo wir hin müssen sie sind die toiletten immer am rand das sind wahrscheinlich die ganzen stockwerke herrkauer da kann man da wo die leute blut die er ist ein opfer die loskosinus und tangents maschinen die sich das wohl verbläht das heißt Prozent schon mal und schiebten schaden genau das heißt dass er dass er hier das sache Prozent Prozent aber ich muss die ganz auch oben der flöte doch auch hier ist der Flöter hier ist eine flöte doch hier ist eine flöte doch hier ist eine flöte aber du wirst woanders einfach hier sind zwei flöten zu 33 flöten vier flöten flöte ist schon wie auch ein komisches wort flöte dicker bloß egal ich habe das gefühl ist alles gleich irgendwie ist es alles copy-paste hier die toilette ja guck mal hier ist bestimmt irgendwas dann musst du irgendwie so ne du bist doch noch auf der damen-toilette alter sache mal geht's doch mal gut es geht los ich glaube es geht los ein paar jährlich einer guck das an wobei der war hier das waschbecken jahren brot ist auf jeden fall ein hauptbar auf unserer toilette in unserer schule machen wir die taschenlammer weg brauchst du gar nicht oh ja hier ist ein hier ist ein taschenlammer wohl braucht man gar nicht geil wie bei taschen haben die bandage dinge oh guck mal hier ja was passiert ich habe ein schlüssel warum war es hier rot warum war es hier rot gewesen da war alles rot hast du gesehen dass da alles rot geworden ist ja ich habe es hier sehen mensch mein most honest reaction ich glaube wir brauchen eine axt oder so ein kack wieder klar hier was ich glaube digga er kann man hier ja hier muss irgendwo was sein womit man dahinter guck mal hier ist im kästchen drauf food and health ja hier kann man was hier kann man was machen schlüssel ich habe ein schlüssel ja guck mal ich glaube hier steht halt einfach drauf japanischer chinese und das steht da auf koreanisch drauf digga safe das hier was was not open so nee da ist ein schrank davor hier rein hallo ist eine bandage dreht der guck mal eine etage bandage ja wie kommt man da dran jetzt ist ja auch gerne ja warte mal hier das schlüssel von open tor zu open also dort wo kann man jetzt openen warte mal also mal gucken wo ist hier dort oder kann man eigentlich mal auf den plan jucken oder mal zwei bis drei hast du gerade doch geöffnet dachte ich hier oder das ist das gleiche das ist das selbe zwei bis zwei die das aufrufen zwei bis eins ist vielleicht in der andere richtung ja warte mal wir gucken auf dem plan das hat mir jetzt gar nicht genutzt hier zeit verschwinden hier dann ist jetzt noch etwas recht hier wieder was ein schott alter geil wahnsinn das ist irgendwie geometrie oder so die menschen da steht auch so drauf oder so muss sie musik hier ist eine uhr also hier ist es irgendwie genau um zwölf was macht man auch wieder irgendwas falsch muss man auch stellen ich war das ja auch das falsche sind wir auch auf der falschen fahrte was stand da irgendwas dort stand da tatsächlich warte mal hier kann man was öffnen oh ja was los was los was los gewählt oh ja mein schwarzen sehr schön das ist nichts drin eigentlich vielleicht wollen sie das ja und das gut okay hier geht es auch nicht rein das ist vermutlich ich glaube die hat hier gerade zwar geflüstert nein jetzt geht es wo los einer bräuer gar keine sound effekte war einfügen mensch der wahnsinn weil es vermutlich der art rum weil ich jetzt mal schon so und so das musik das musik wahrscheinlich das musik ich glaube das ist einfach ethik ich glaube er hier ist es nicht oder nicht erst mal weitergehen ja hier kann man es eher hier geteckt ihr wirst du schon wieder eine blockflöte nein es geht los es hat null geschlagen und die labern schon wieder ähnlich das kann nicht sein ich muss direkt das mal in rückwärtsgang schalten die sind es auf jeden fall auch mal ein paar sachen runter gefallen hier alter was das was soll das gewesen ich habe glaube ich ich glaube ich hätte einen jamskai kriegen sollen aber ich habe irgendwie kein bekommen ja ich habe irgendwie eine schulter von irgendeinem typen gesehen das war richtig wo der ist irgendwie durch mich durch gerannt aber so richtig gut oh ja da rennt einer und siegen jetzt doch da ist einer lang gelaufen da ist irgendwie ein mensch es war auf jeden fall ein mensch grüßen ist es meistens hier total unwichtig was hier drin ist das hier ist wieder nischt irgendwie der stand gerade open aber es geht um ihn hat open arts and crafts und brotter hier dor three da waren kipro da waren schüsse ich habe ein schlüssel dor 3 einfach steht er glaubt es ist hier das vermutlich wieder diese metall kacke ja 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 stehe aber dran ist sehr gut aus glas auch der mensch bekommen ich bin reingeladen ja ich auch ich auch ja ich auch verschloss mal ist hier vielleicht auch ich kann ja auch noch unter jeder sind wir ja her gekommen das war ich oder oder nicht ratzen das denken ist wichtig wo ist denn dieser typ hin möchte mich mal gerne mit dem unterhalten und kann man denn hier überhaupt mit rein lockt lockt hier ist auch lobt so war specken unten unten schieb ich muss glaube ich jetzt schon 800 wörter piepsen wieso muss man piepsen kann ich jetzt ganz oft sagen oder so in jedem zweiten satz ja richtig viel da ist ein typ guck mal da war gerade so ein typ gewesen hast nicht gesehen der war so richtig hässlich und riesig einfach das war's einfach du geglaubt dankeschön das macht mir spaß sachen zu piepsen gerade eben stand auch da noch eine drei warum steht da jetzt die vier dran weil das das andere ist doch wir sind tatsächlich aber warum ist da hinten laufen denn da sind wir her gekommen wahrscheinlich sind da hinten her gekommen müssen du jetzt hier schon wieder hey mann was ist denn das jetzt hier schon wieder die alle räume gleich die gar gar keinen bock die alle achten kann so schnell auch irgendwas übersehen einfach ja wir müssen auf jeden fall erstmal irgendwelche drecksschlüssel finden hier weil das alles verschlossen ist weißen bär weil die gar warum kommen jetzt eigentlich hier schon wieder nicht weiter die gas doch bei jeder bei jeder auch wenn die wir zocken ist irgendwie so ein ding da wo einfach nichts da ist egal du hast schon überall gesucht aber es war wie findest du nichts der ist es da ist es ja aber irgendwie schon weitergegangen hier noch hier vorhin wo wir nichts gemacht haben random hier hingegangen da war dieser typ auch wenn man da ist nicht warten bis dieser typ alle 30 minuten war kommt einer stellen das dann für ein video sein dieser typ und auch alle alle 30 minuten unterschreckt uns in fortnight in real life ich kann jetzt gerade irgendwas machen die chance verkackt noch mal 15 minuten warten alles getäuscht ist doch nichts chemie chemikalien wir müssen wir müssen das rätsel krecken ach nee der versuchen wir ja schon die ganze zeit aber es ist ja hier nichts der ganz 50.000 stühle die arbeit das ist ja auch die geile darauf ist gleich und es ist nichts hier die es ist nicht hier ja oder wie er gerade schon seht kommen wir einfach nicht weiter auch jetzt der enteilt nicht ausgebot ich habe eine nachricht bekommen das war schon vorher dann ist nur hier ich hab schon gedacht jetzt geht es weiter heute auch schon so verdammt mann wir müssen hier rein das muss doch ja was damit zu tun dass ihr dieser Schrank umgefallen ist der fährt ja nicht einfach so und muss ja irgendjemand mit seinem Zerstörungswillen diesen Raum demodiert haben randaliert Brug nun gehen wir mal runter ich hasse diese Welt jetzt schon möchten sie willkürliche Zerstörung durchführen wir haben ja noch nicht mal wir haben nicht mal Tor 1 geopend ich kann die Bandage nehmen wollen die Bandage nochmal achso aber wer von dem Glas verletzt worden vielleicht hier hat er Tor open in the distance Bro ich bin der Beste der Menschen hier hat er Tor open in the distance darauf kommen alter Junge ach so wie ich wer hat schlau verdammt nochmal ja aber welche Tor hat sich jetzt geopend hier ich bin ein schlaues Individuum alter du bist sehr intelligent ne vermutlich hier in the distance unten kann man ja nicht mehr viel open in the game da war ja schon alles offen naja hat sich halt nichts geöffnet das ist ja das ding hier naja wir gucken einfach mal alles durch hier Bro wenn nicht kommen wir trotzdem doch nochmal unten vielleicht warte mal vielleicht ja auch eine von oben also eine ja stimmt ja hier muss euer ja genau ey Wahnsinn ey geil ey geil ne da vermutlich nicht die ist aber noch verschlossen aber dafür ist jetzt hier die offen ja na komm mal hier jetzt jetzt geht's noch weiter Leute Leute dank meiner Intelligenz haben wir es nun gemeistert dieses Rätsel zu lösen so werden aber auch Realtalk irgendwie noch 30 Stunden irgendwie hier oben nach irgendwas suchen können Realtalk ja real vor allem warum öffnet sich eine Tür einfach nur weil man eine Bandage nimmt das macht eigentlich keinen Sinn aber gut ja das ist in real life auch immer so das passiert mir schon ziemlich oft ist auch wieder nichts alter ist auch schon wieder nichts dort irgendeine random ass Tür es sind eigentlich nie diese Räume die so normal sind aber irgend so eine random ass Raum ist dann irgendwie entweder so ein besonderer Raum so ein Art Room oder so der halt nicht aussieht wie die Standarddinger hier oder halt irgendwas wo alles umgerumbelt ist hier sind Flipp in Hände guck mal lockt das hier Ding hier ist lockt das ist so ein Klavierraum da müssen wir safe rein ja wir müssen auch eigentlich unten erstmal überall wir haben ja auf den Toilettenmaßen jetzt actually wir haben noch drei Sachen ja wir haben noch drei äh räume die wir ähm weil warum ist denn die hier verschlossen oh ja da geht's vermutlich rein was soll was soll ich denn jetzt überhaupt mit der Bandage machen kann man da eigentlich nicht irgendwas machen damit ja die kannst du nehmen ja stimmt ich kann sie verbrauchen soll ich das machen ja mach ja mal mir hat schon jetzt passiert was nee da haben wir gar nichts genutzt ich hab jetzt nur keine Bandage mehr verdammt das ist einfach so unsere Bandage aufgebraucht hast du richtig super gemacht krass was? was passiert? Digga komm schnell hoch ey ich komm nicht hoch Bro ich bin dagegen dass ich bin dagegen dass gegen das Holz gerannt da kam irgendwas Bro jetzt kommt es nicht mehr verdammt Bro da stand irgendwas das ist äh unopened äh area of the school und dann kamen da irgendwelche schreien und irgendwas ist auf mich zu gerannt äh weiß ich nicht Bro gut jetzt ich glaub ich hab vielleicht geht das geht das weiter unten auch warte mal lass das mal unten probieren irgendwie vielleicht kommt das nur so in so bestimmten Zeitabständen Bro weil vorhin geht das ja auch mal wieder mit dieser anderen hier mit dieser Platte du bist irgendwie nur haaarig vielleicht ist jetzt hier irgendwas bei dem Raum und wo das Teil wo der Schrank umgestürzt ist so das kotzt mich ein bisschen an ne dass man jetzt da oben jetzt hier rausgefunden haben wie man da hochkommt weißt du und da war da oben einfach gar nichts hier das hat uns einfach gar nichts gebracht doch wir haben jetzt halt ein Stockwerk mehr einfach ja aber das ist das hat ja gar nichts genützt ich gebe mal wieder hoch hier war wieder was es ist irgendwie immer nur so ein Schatten digger und ich denke mal das ist irgendwas ich weiß es nicht wo bist ja ist gut ich bin schon wieder rausgegangen es ist ja nur offensichtlich im Klo auch irgendwas jetzt ist es offen ist es ist offen das ist offen das Klo war offen da ist ein Schlüssel drin Rooftop Key ich weiß holy van da was warnt das da war irgend so ein Typ digger bei mir der alter der ist einfach im Boden gestackt digger einfach random war der da eine Taschenlampe ist leer meine Taschenlampe ach ne ja komm mal her jetzt komm mal her Rooftop Key das war da hinten bei diesem wo es da hoch ging komm her schön dann würde ich mal sagen geh mal hier hin also hier hört man schon irgendwas oh ey das war hier glaube ich diese unopened area frumse schulgebäude glaube ich aber hier ist auch alles zu ach guck mal der boards are screwed together guck mal da kann man bestimmt hier irgendwas machen sehr schön let's go das war cool da oben ging das da auch guck mal hier unten hier unten liegt ein Key Music Room Key ah ok warte wir gehen gucken wir noch eine runter nüscht 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 wo war der nochmal der war beim dritten Stockwerk äh ganz ganz rechts wo vielleicht da nochmal gucken der feinde millionisch zusammen hier Kies irgendwo runter football verkör deci amkich er hat da ich da oben drauf guck mal ah zum kraft två die diese diese gufi ersten paumbcing drunter guck mal hier noch alles aber ich weiß dort er ist ein zum Grund das ist unter er ist nicht unter zwei hier also nicht hier ein Brot zwei hier hat sie schilderte Lolo Lolo Lüge etwas aber ganz locker locker Moklo und das sei ja zu nehmen hier war das ey guck mal jetzt geht's doch vorwärts hier Leute Leute schaut euch das an und beachtliche Intelligenz die hier zur Schau gestellt wird das ist wirklich unglaublich hier ist nichts das jetzt hier muss ja irgendwas sein eigentlich schon müssen wir hier irgendwas gucken ah hier guck mal screwdriver wer ist er doch so da war wieder so ein Gesicht ja ich hab ne ich hab ein screwdriver oder schraubenschöse der schraubenschöse habe ich genommen dafür vielleicht irgendwas auf ah stimmt bei den bei den Brettern da stand doch dass sie zusammen geschraubt sind das können wir jetzt aufdrehen vermutlich also müssen wir jetzt wieder bis hoch ja ich bin so schlau das ist wirklich der wahnsinn ich sollte wirklich als escape room arbeiten ich bin einfach ein escape room da ja du bist der escape room raw ja hier war das gewesen ne ne ja doch doch los ich bin ganz ehrlich wenn ihr das seien ichICE saß und das ist auch hier hinter die Händler was ist denn das das ist eine Puppe wenn man wissen will wissen was es ist Dola P ich habe eins we have to get away while you can ok oh ja notebook was ist jetzt siehst du es auch er war start with my research so was worden wie er auf der Ecke ist die Red Lied das bin ich auch ganz durchlesen kann es nicht noch mal ich kann da irgendwas richtig ist nicht das ist es sonst und jetzt sind wir hier das ist das der Prozess und die Bandage das ist nur dies geht so los die rein doch doch ich bin gestorben die sind überall die sind sogar unten die sind einer woche die sind sogar unten im untersten stock was muss ich denn jetzt machen wo bist du ich bin ich bin auf dem dach 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 ich will mal zu dir kommen müssen du ich bin stark nicht mehr warum ist denn das hier so kacke du kommst sie ja nicht mal mehr rein schilder leben dicker du kommst hier nicht mal mehr rein auch geil jetzt muss ich ganz weg noch mal zurücklaufen oder waren wir runter kurze vorausgewinnen wo bist du in den tage und fünf vier ja ich bin immer noch in der tage kann es mal auf dem gang da bist du hart super band was hat das denn der kam von hinten dinge kommen aber sonst kommen hier auch ja versuchen in dieses glimmerzeug rein zu fliege links also hier sind halt keine weißen oder hier ist gar nicht oder doch oder versorben ach ja die die hat sich einfach gekillt ich stand doch im safe spot der roten wie also du sprichst du kannst da gar nicht rein rennen los geht dann muss man dann ist man vermutlich die hinten boll finden also wenn du da lang gehst wenn du da lang gehst da kommt man gar nicht mehr hin da geht es gar nicht mehr dahin wo wir dann gelaufen sind bro mega gut viel wahrscheinlich wollen wir anwarnersinke und sie kommt einfach die treppe hoch digga ja alles klar doch also du bist du jetzt bist du noch oben auf dem dach oh mein gott könnte noch mal probieren ob jetzt in der ob jetzt in der etage drei hier was aufgegangen ist wir müssen eigentlich in science zu weil da sind noch selbst worden bordels ja science room der war noch nicht offen da ist einer rausgekommen er ist direkt in mich reingelaufen guck mal auf die stelle ich komme raus mit schluss bei ein paar mussten wir hier müssen wir in den beiden schulungen ja ich hätte jeder Tür versteckt war der hier ist das ein nee aber das mir hier sieht mir aus wie die jeden boll da hinten siehst du dass das funkelt so blau ja wir schon sehr danach aus aber es wir brauchen ja sieben Digger Digger oh mein Gott vorher zu mir wo bist du ich bin hier äh in dieser Treppe hier da wo wir vorhin waren ah ne ist jetzt zu ja ja hab ich ja gesagt hab ich ja gesagt Digger hier ist Bro wenn das 7 von diesen Kackflaschen sein sollen müssen ja hier überall welche liegen der da sieben sind jetzt auch nicht so viel halt weil ich wissen das ganze Haus durchsuchen nach den Rodels überhaupt keine Rodels alter nur in diesen in diesen besonderen räumen immer welche weil immer diese extra waschräume ich habe irgendeinen Schlüssel gefunden ich habe einen Schlüssel zum Science Room gefunden oh das ist sehr gut sehr sehr wahnsinn los los geht's verdammt die holen mich eh ich bin drin so noch mal knappes Ding hier ist ne Flasche Seven Bottle das war sie schon Bro ne das war die siebte brauchen noch die ersten sechs guck mal hier ist halt Anu könnte noch eine drin sein aber das wäre mir fast sicher gewesen dass hier eine drinne ist ich habe ja Glück und die sind jetzt alle ja warte mal hier war irgendwas was passiert denn manuelle hast verdammt Hilfe! Gegner, Gegner, äh, Gegner, Bro! komm Kildi! da, da ist ein Bottle, da ist ein Bottle! Digger, das war die erste das war einfach die erste verdammt ich glaub den Schlüssel hätte ich noch gar nicht finden dürfen Digger, der war im untersten Stock in irgendeinem Regal drinne Digger was so richtig unoffensichtlich Bro egal, ich suche unten ja, das sind keine eins weiter hoch, ja wenn ich so, ich suche unten nis Digger, hab ich mich erschrocken grad egal, lass uns gemeinsam unten suchen hier kommt ne irgendein Döb hier und hier ist ein Zettel, komm mal her schnell wenn du's auch siehst wissen du und hier jetzt es ist ein Difficult Calculation so ne 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 ja mach dich ne ne das ist aufensender okay das geschreit also hier waren die stürmen sie könnten können dass hier vielleicht einst bei diesem drecks schrank ist leider umgefallen ist noch einer sehr nabil wir haben wir dann jetzt schon 7 6 5 und 1 noch 4 und 3 3 stück egal ob das lebtiger was war das sind worden gewesen wo er so ein zentimeter an ihr wo er hier wort der hielt klar sagt ja gesagt ja guck mal da hinten da wo es nicht mehr weitergehen auch dieser drecks dieser tricks mal wieder verdammt noch einmal da kommt aber auch um die kurve geschossen alter mein gott dass dem nicht die ds dass dass wir hören dass eben nicht dass wir hören wenn er die kurven so schneidet alle ja wir sind doch alle verrückt hier könnte noch treppen steigen warum ich glaube es geht los hier gibt es ihnen gut oder was kind die brauche ich gefühlt auch gar nicht so scheint so eine art chemie raum zu sein da waren wir doch da mehr einige da haben wir eine gefunden so dann haben wir dann fehlen jetzt noch 2 ich bin jetzt in diesem raum in dem man irgendwie nicht reinkommen konnte ja also in diesem drecks raum ist halt auch keine wasser hier ist auch nichts gar nichts gebracht ich habe jetzt wird auch mehr so die ganze zeit überlegt wie man hier in den raum reinkommt jetzt habe ich den weg gefunden und hier ist nichts ich dachte dass er jetzt hier noch ich dachte ich bin fünf kopfdinger bandageband erst mal noch gefolgt ich glaube es geht los oder wat da war doch gerade eben schon einer drin so klar super das kann der die rennen wir hinterher mit tork alter nicht mehr normal gruppeneinladung von crack gamer aber ich bekommen wollte wer ist er ja durch doch die dumm alter ja komm gibt mir gleich noch mal jumpscare glaub halt das ist nichts mehr doppelt das heißt zwei auf der toilette ist sich jetzt sehr wahrscheinlich okay in diesen räumen um war schon mal keiner unter dem lehrer tisch wir auch nicht es hier sind allein ist an dem sportpunkt ist kann allerdings genau die gehen nicht weg ich könnte rasten wir in fünf räumen war schon mal keiner unterm tisch holy barbecue die bei mir sind aber auch alle ich glaube es hat okay ich einmal raus wo hier wird 20 können keine da kommt dafür doch nicht so weißt du was ich jetzt mache das ist nichts das hat sich bereits geklärt das ist letztlich noch mal ein so schreckst da ja weil dieser schreck moment wenn das halt vor allem weg rennst und das ist so super knapp und dann kriegt er dich doch weil du irgendwo so stecken bleibt oder so aber die war gerade schon wieder alle alle lecker stein lecker stein haben wir schon im musical und ich glaube da haben wir uns tatsächlich einen dreck schau immer auf der das halt auch nicht aus und immer am sport und war ja das ganze das geht nicht diese spiele spielte du bist das traurig menschengesicht ich bin gehofft dass hier halt noch eins ist in diesen wenn es da oben der ist nichts war beim kunst da waren wir schon so ungefähr 800 mal das ist ein guffi vier stück sind hier oben hier steht ich bin gestorben da bin ich doch nicht mal gespawnt wo bin ich gerade ganz die junge wort ich glaube ich weiß wo ich glaube ich weiß wo ich bin gestorben verdammt warten sie da passiert sehr fast wenn man die letzte flasche ich musste also du musst auf den schock wo wir gerade waren bis hin da ist aber auch nichts nee da da war ich ja schon mal das war das ding da war ich schon ich glaube es geht los hier hier ist er ich habe sie gefunden ich habe sie leute wir haben die letzte flasche gefunden leute ich glaube sie jetzt kann es richtig weitergehen so leute sehen wir hier diesen gruppe er ist typen die loben der ist tot ist das mit zweck sind das ist weg ne müssen wir da nicht raus auja auja das war vorher noch nicht offen guck mal hier da haben wir super pretty interest testing naja dann ist wohl hier nicht dann müssen wir auch weiter ziehen kann ich da hinten dahinter der schungel würde ich jetzt mal sehen wir wollen schon mal warten ja da wo wir angefangen haben sehr gut da hinten leuchtet was siehst du ne da ist er schon Dirk Wir haben gewonnen Freunde ich würde sagen das war's gewesen mit dem Video lasst gerne einen Like und ein Abo da wenn es euch gefallen hat und Und schaut gerne auch beim nächsten Mal mit vorbei. Dieses Mal haben wir übrigens gewonnen. Haut rein Leute, Bombeklat, ihr seid alle die Besten. Abonniert alle den Kanal und für weiteren krasseren Content und Erfnutzungsketten, die mit dem Daumen ein Video geben. Let's go.